Irgendwie siehst du auf TikTok irgendwie ein bisschen anders aus? Nein. Benutzt du viele Filter? Nein. Achso, okay, dann kann es auch sein, dass ich mich verwechsel. Was ist deine schlimmste Party-Story? Äh, ich feiere nicht so oft. Guck mal, hier sind auf jeden Fall sechs Leute, die ich sagen kann, dass ich das nicht gemacht habe. Guck mal, die sind schon voll. Ja, also, könnte man nicht so voll sein. Das sind halt die Skandale, aber das ist halt normal. Also, ich glaube, das gehört nicht in die Öffentlichkeit.